Wir haben Freitagnachmittag und euch fehlt für ein perfektes Wochenende noch unser Sporttipp vom Sportbund Rheinland. Starten wir mit Radsport. Die Deutsche Meisterschaft im Mountainbiken findet am Samstag ab 8.30 Uhr in Daun auf dem Marktplatz statt. Dort ist Start. Unter anderem ist die Olympiateilnehmerin Sabine Spitz gemeldet. Das heißt, wir können uns auf hochklassigen Radsport freuen. Organisiert wird die Veranstaltung unter anderem von unserem Mitgliedsverein Vulkanbiker Daun. Wer es schnell genug von Daun am Samstag nach Andernach schafft, kann dort um 15 Uhr im Stadion die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen miterleben. Unsere Mannschaft, die SG99 Andernach, trifft auf USV Jena und hofft darauf, den Bundesligisten auszuschalten und selbst in die nächste Runde im DFB-Pokal einzuziehen. Dann fahren wir die Mosel runter und kommen nach Trier. Am Samstag und am Sonntag findet dort der SWT Cup statt. Im Basketball treffen unsere Römerstrom-Gladiators aus Trier auf. Bundesligisten unter anderem aus Göttingen und Bayreuth. Zudem ist auch noch ein internationales Team mit dabei. Auch hier können wir uns auch hochklassigen Basketball freuen und hoffen, dass ihr die Gladiators unterstützt in ihrer Saisonvorbereitung. Aktiv werden solltet ihr an diesem Wochenende natürlich auch. Der Koblenz-Marathon steht an und um 9 Uhr ist Start hier im Stadion Oberwert, jetzt hier, wo ich gerade stehe. Um 11 Uhr wird dann hoffentlich der Sieger durch das hinter mir platzierte Marathon-Tor ins Stadion einlaufen. Das waren dann unsere Sport-Tipps und der Aktiv-Tipp zu diesem Wochenende. Wir hoffen, wir sehen uns. Ihr seid aktiv und sportlich und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, wenn es heißt die Sport-Tipps vom Sportbund Rheinland.